Das ist wohl nicht so. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich auf- Jut, HW, dann bring ich zurück. Ach, Mensch. Ja, Boogie. Kann man noch eine Zigarre nehmen, vielleicht? Nur eine Zigarre pro Mitspieler. Hm. Dann stellen wir noch freien. Lilly wusste gar nicht, was den Justitia-Dämonen so aufgeregt hatte. Ehe erschien das alles ganz logisch. Tja. Gehen die langsam die Option aus. Der ist auch wenig kooperativ. Näher kommen sie näher. Ach du schon wieder? Leider habe ich keine Gratisproben mehr im Angebot. Das bringt doch nichts. Wenn du immer noch so aussiehst, als könntest du welche gebrauchen. Die Sachen, die ich jetzt noch habe, gibt es nur noch zu vollkommen gerechtfertigen Wucherpreisen. Oder auch Rezept. Tja. Es gibt dann wieder 34 Minuten Parts im Let's Play, wenn ich das dann zu Parts schneide. Weil ich nicht vorankomme. Weil ich nicht vorankomme. Das ist irgendwie... Ich weiß nicht. Ratlosigkeit macht sich bald. Was habe ich verpasst? Was mache ich hier falsch? Theoretisch müssten wir jetzt mit ihm über den Wendigo reden. Spielstand gehabt gemacht. Die Geier kreisen dort. Die Geier, dort musste... Wendigo, mein lieber Wendigo. Du brauchst erst gar nichts komisches zu versuchen. Ich bleibe hier draußen, in der Sonne, wo es sicher ist. Tja. Du solltest lieber nicht in die Mine gehen. Sie ist einsturzgefährdet. Die Hängebrücke ist wackelig und dunkel wie ein Büffelpopo. Wer weiß, was für Gefahren da lauern. Ich müsste jetzt von dem Schamanen eigentlich ein Rezept bekommen. Mit dem Rezept kann ich mir dann hier bei den Crux selber was abholen. Das müsste dann... Irgendwas für das Ozonloch... Hier für das... Dann müssen wir das Ozonloch mit erweitern. Müssen wir erstmal mit dem Schamanen reden. Der Schamane gibt jetzt noch Rezept. In dem Rezept können wir dann... zum... Crux selber... Und mit dem Crux selber... Zeugs kommen wir zum Schamanen. Und dann... So weiter. Tja. Und der Schaman ist unkommun. Autofair vollständig... Ich gehörte hier... Rauch... Roffe... Das sind kein... Mein Router ist in... Jetzt willst du... Der Router ist in der Prairie jetzt so... Und geschmiert. Aber mit dem können wir nicht... Da reden wir nur mit dem Schamanen. Mom... Kurz AFK... Re... Tja... Ich will den Kaffee benutzen... Tja... 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 Also... Vielleicht schalten wir das mal aus... Wenn wir jetzt... Und dann... Können wir zumindest... Dann können wir zumindest wieder mit Feuer spielen... Vielleicht kommen wir dann bei dem Feuer weiter... Aber was soll das bringen? Ich will, ich meine... Wir müssen mit dem Schamanen über... Den Wendigo reden... hallo kleine denkt das nächste ohne klar da kommen wir nicht weiter als lilly in die flammen starte wurde ihr plötzlich ganz duselig hat dir der kleine ausflug spaß gemacht immer noch wurde ihr plötzlich ganz duselig na lilly hat der deck ich komme hier nicht voran er hat er vielteilt die option mit dem wendigo zu reden daran scheitert es gerade gut wir haben es auch gleich 18 uhr habe ich heute den stream ein bisschen verständet habe ich halt hier ein bisschen ja wir sind zumindest zum wendigo es war so heiß dass die luft nach ozon roch aber selbst hier hinten kamen die sommerlichen gerüche nicht gegen den gestand des wendigos an du brauchst erst gar nichts komisches zu versuchen ich bleibe hier draußen in der sonne wo es sicher ist hier ist ja da muss ich vielleicht noch mal dann speichere ich das jetzt mal eben speicherstände mache ich einmal nennens speicherstritt speichern ja hier war im letzten stream aufgehört vielleicht habe ich dir irgendwo was gequetscht also ein letzter vierzehnt sechste vom vierzehnt sechsten ist hier da haben wir noch gar nichts gemacht da haben wir noch hier dann kam gerade aus der kloster schon raus da bin ich jetzt nicht mal nochmal zurück müssen vielleicht kann man hier nochmal das war nun schon kacke ich hoffe ich habe jetzt nicht das spielstand gequetscht das jetzt noch mal von dem sprecher punkt aus zu machen es ist ja wirklich da sind wir gerade aus der schule raus da war noch nicht ich glaube das erste verbot haben wir schon aufgehoben aber da waren wir noch nicht noch nichts mit den drinks noch nichts mit dem es ist wirklich ganz am anfang noch und hier das ist hier in der knellkdose da schon noch wo wir mit dem mit dem alten pfad von der geredet haben ja wenn die go dem geruch zufolge musste dass dieser wendigo sein der schamane hat er recht behalten er stank wirklich bestialisch wir haben mit dem schamanen auch gar nicht geredet wie kann der schamane recht behalten haben müssten ja erst mit dem schamanen reden verstehst du verstehst du klummern da versteht ihr ich glaube da hat das spiel was kaputt gemacht wir haben was in der falschen reihenfolge gemacht dann ja ja in dem können wir noch nicht reden hier müsste jetzt im wendigo symbol sein müssten jetzt mit dem wendigo reden erhalten wir von ihm ein rezept für den quacksalber und von dem quacksalber den quacksalber geht es dann weiter der der art und der gibt es im rezept für den wendigo mit dem rezept streichen wir dann das geben wir dann den wendigo und dadurch geht es dem wendigo schlecht und dadurch haben wir den wendigo hier überlistert den harvey wendigo ja gut ähm tja da möchte ich nach oben so zu euch gefallen haben lasst ein abo da wenn ihr seid ich versuche vielleicht offscreen mal bis zum nächsten bis zum nächsten stream falls es den nächsten stream gibt versuche ich jetzt mal so ein bisschen zu gucken woran es liegt mache ich nochmal von vorne mache ich die ganze sache mit ich weiß ja jetzt was zu tun habe ich muss jetzt die ganzen dann mache ich die ganze sache nochmal gehe ich jetzt hier nochmal zu dem sprecher stand zurück hier fange ich nochmal wo wir heute beim stream angefangen haben zurück versuche ich erstmal mit dem wendigo zu reden und äh quatsch erstmal mit dem schamanen zu reden und dann zum wendigo zu gehen vielleicht war das irgendwie das problem was da vielleicht haben wir das irgendwie in der falschen reinfolge getriggert haben wir erst den wir hätten erst mit dem schamanen reden müssen und dann mit dem geier dem geier und dann werden wir zum wendigo kommen ja wie auch immer ja gespeichert haben wir schon hilft ja nix ja gut na dann ist ein bisschen schade dass das jetzt so enden musste ich mache noch ein bisschen musik an ja ähm musik ja na dann bleibt mir nix anderes übrig jetzt diesen stream jetzt hier zu beenden ist auch schon 18 Uhr haben wir erfolgreich eine stunde gespielt ja ich hoffe ich ich hoffe ich muss dieses projekt jetzt nicht hier wenden es ist wirklich traurig dass das jetzt hier ich würde jetzt wirklich hier gerne noch ein bisschen tja ich guck mal ich nehme mir mal die zeit jetzt uns morgen und die nächste woche mal da ein bisschen drüber zu gucken vielleicht fällt mir irgendwas ein vielleicht gehst du auch hin dann sehen wir uns nächste woche nee nächste woche sonntag ja obwohl nächste woche sonntag werde ich wahrscheinlich das streamen können ja gut ähm ja wir sehen uns nächste woche sonntag wieder bis dahin hoffentlich dann ja das finde ich das macht das zieht mich jetzt auch runter na dann ciao ciao kann man nichts machen ein so Untertitelung des ZDF, 2020